Hallo ihr Lieben, hier ist wieder die Christine aus der Quilt Villa und wir haben auch diese Woche wieder schöne neue Sachen bekommen, neue Stoffpäckchen gepackt und ja die Basics haben sich bei uns erweitert und deswegen zeige ich euch mal was an den Basics alles so da ist bei uns. Zuallererst eine Anleitung zu den Basics haben wir am Dienstag an unserem Nähdienstag, da nähen wir ja abends immer auf Instagram um 20 Uhr, wird natürlich auch wer kein Instagram hat auf YouTube übertragen, am Mittwoch dann zum Nachschauen und dieses Mal ging es unter anderem um einen Quilt, den man aus nur zwei Stoffen nähen könnte. Man könnte ihn natürlich auch mit ganz vielen bunten verschiedenen Sachen nähen, das habe ich dann in der Anleitung auch noch mal gezeigt. Es dreht sich um den Stop and Go Quilt, der ist eben aus diesen Quadraten gemacht, also innen ein Innenquadrat und Streifen außen rum. Die Anleitung gibt es zu den Stoffpäckchen dazu, also wer was im Shop kauft, kann diese Anleitung gerne mit in den Warenkorb tun. Ich habe die Anleitung dann auch noch in drei verschiedenen Varianten designt, also einmal hier den, so wie ich ihn genäht habe am Dienstagabend oder wenn ihr den in mehreren Farben näht, könnt ihr ihn in Streifen setzen, dann wird die Wirkung so oder wenn ihr die Außenstreifen in verschiedenen Farben macht, dann habt ihr diese Wirkung. Natürlich gibt es noch ganz viele andere verschiedene Möglichkeiten, da bleibt der Kreativität alles offen. Und ja, wie gesagt, der Quilt, den ich designt hatte, war bei uns ja eine Hundedecke. Man kann sie natürlich auch als Kinderdecke designen. Der ist jetzt mal 1,12 x 96 cm, also für eine Babykrabbeldecke oder eben fürs Sofa, wo man sich, wo die Katze oder der Hund liegt, wo man das Sofa etwas schützen will, kann man auch so. Wenn man die Blöcke vergrößert, das habe ich auch noch als Möglichkeit gegeben, könnte man einen Quilt mit 1,80 x 2,10 nähen. Also wie gesagt, und in Inch habe ich ihn auch noch berechnet, also diese Anleitung von dem Stop and Go Quilt ist in verschiedenen Varianten, verschiedenen Maßen. Da bleibt euch alle Möglichkeiten offen, was ihr eben nähen möchtet. Und nähen könnt ihr das Ganze unter anderem aus den Stoffpäckchen. Da gab es, wie gesagt, bei den, bei den Breiten gab es Zuwachs. Also wir haben 11 verschiedene neue dazu bekommen. Die habe ich auch schon als Meterware, dann als Fat Quarter Stoffpäckchen oder als Fat 8. Ein Fat 8 ist 25 x 55 cm groß, der Fat Quarter 50 x 55 cm. Und da hätten wir hier einmal das Stoffpäckchen Forest. Also da ist von Türkis, so Grau-Grün, Orange, Rost, so ein schlammigeres Braun und so ein Kaffee-Braun. Die wären neu dazugekommen. Von den Brighten, die Brighten, die haben so ein kleines, ja so ein grisseliges Muster, so kleine Pünktchen in verschiedenen Hell-Dunkel-Varianten in der gleichen Farbe immer. Deswegen passen die sich auch wunderbar zu allen möglichen Beistoffen immer dazu. Und hier hätten wir ein Fünfer-Paket, entweder Fat 8 oder Fat Quarter oder eben die Meterware, ist alles im Shop. Der heißt September. Und genau, schaut einfach, da haben wir dann von den anderen, jetzt haben wir insgesamt haben wir jetzt 59 verschiedene Farben im Shop. Das sind unter anderem hier der Smoothie, also das ist so richtig kräftig. Türkis mit Pink. Dann haben wir hier Aqua. Das geht von so einem grünen bis so einem Türkis. Dann haben wir hier den Stone von Grau bis runter zu, das ist so ein richtiges, richtiges dunkles Braun. Und da habt ihr hier dann da drüben noch ganz, ganz viele andere Farben als Meterware schon. Und ja, das ist unsere, unsere Brighton Serie. Wir haben natürlich auch etwas, das ein wenig weniger Muster hat, was nicht so ganz auffällig ist. Das wäre zum Beispiel die Serie Linen. Das ist wie so Leinenstruktur, leinenartiger Druck. Und das ist aber 100% Baumwolle, also kein Leinen ist drin, sondern das ist einfach bloß so vom Muster her, vom Druck her von der Firma, haben die hier eine schöne Struktur gemacht. Ein sehr feiner Basic-Stoff bei uns. Und den haben wir mittlerweile auch in 60 verschiedenen Farben. Es kommen auch da noch ein paar mehr dazu. Die kommen aus England, deswegen dauert es immer ein bisschen. Aber die bleiben uns auch erhalten. Also das haben wir alles geregelt. Das läuft mittlerweile runder als am Anfang, kurz nach dem Brexit. Und genau, also da haben wir ganz, ganz viele verschiedene. Da gibt es natürlich auch Stoffpäckchen da dazu. Das wäre zum einen das Stoffpäckchen Summer, was wir jetzt hier schon haben. Das sind die Fat Quarter, 20 verschiedene. Hat man dann also von Gelb bis zu einem Beerefarbenen, alle Farbschattierungen dabei. Da gibt es noch andere Stoffpäckchen natürlich im Shop aus der Serie Linen. Da könnt ihr einfach mal gucken. Oder ihr nehmt die Meterware. Also da ist immer ein guter Beistoff. Dann können wir rüber gehen zu den Konakotten. Das sind die einfarbigen. Also wer gar keine Muster drauf haben möchte, der nimmt dann eben die Konakotten. Das zeige ich euch. Ich zeige euch mal einen blauen. Das ist hier so ein Königsblau. Der heißt Surf. Die haben bei Konakotten immer alle Namen. Wir haben die Auswahl. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele wir haben. Aber wir haben ja ziemlich viel, was die Farben angeht, Farbschattierungen. Es kommen auch immer wieder ein paar dazu. Also da könnt ihr immer mal wieder gucken, wenn euer Farbton noch nicht dabei war. Dann kommt da vielleicht. Oder ihr fragt uns einfach. Weil Konakotten, ich glaube, die sind im Moment bei 360, 370 Farben. Da sind die Schattierungen teilweise so ähnlich, dass wir eben nicht immer alles da haben können. Und es würde auch den Raum übersteigen, den wir hier den Konas zur Verfügung gestellt haben. Genau, das wären unsere einfarbigen, eine wunderschöne Baumwolle. Also perfekt auch zum Schneiden. Da rutscht auch nicht mehr zu viel, weil die schön kräftig ist, die Baumwolle. Also Konakotten von Robert Kaufmann ist ein Begriff im Patchwork-Bereich. Da haben wir dann auch schon Päckchen zusammengestellt. Das sind Fat Quarter. Hier wäre, wie heißt das, haben wir Spring genannt, also Frühling. Da wären schöne, seichte, frische Farben dabei. Dann haben wir unter anderem noch eins, das heißt Natur. Also von Braun bis, das ist der Nature, ist alles dabei. Und noch andere Stoffpäckchen von dem Konakotten sind im Shop. Dann haben wir hier drüben als nächstes die Serie Mix. Die Serie Mix hat hier, ich zeige es euch mal auf dem hier. Die Serie Mix hat hier so ein leichtes Karo, eine leichte karierte Struktur. Auch ein sehr schöner Basic, der sich gut als Hintergrundstoff macht. Oder ihr näht einfach nur mal einen Quilt aus einer Basic-Serie. Da haben wir natürlich auch wieder Stoffpäckchen gepackt. Also da sind hier zum Beispiel, wie heißt das, das Surf bis Grapefruit. Also die Mixstoffe, die haben auch alle so nette Namen. Und das sind eben diese hier. Oder wir haben es schon ein bisschen pinkiger, wer es richtig kräftig pinken möchte. Oder dann in Gelb habe ich auch noch was für euch. Es gibt noch viele andere. Müsst ihr mal unter der Serie Mix, also M-I-X, im Shop gucken. Da finden sich noch mehr Stoffpäckchen für diese Serie. Das wäre auch noch eine Basic-Serie von uns. Eine Basic-Serie verlässt uns jetzt. Das ist die Serie Jacks. Das sind hier so kleine Kreuzchen auf dem Stoff. Das ist eine schöne Serie, bloß leider ist es schwierig, die nachzubestellen. Das dauert immer ziemlich lange, bis die wieder da sind. Deswegen haben wir uns entschlossen, diese Serie aus dem Programm zu nehmen und durch was anderes zu ersetzen. Deswegen haben wir hier jetzt von der Serie Jacks, also J-A-X, haben wir hier noch Stoffpäckchen. Und wir haben auch noch ganz viel Meter-Ware. Also wer sich da noch als Rückseitenstoff oder Hintergrundstoff eindecken möchte, es ist eine sehr schöne Serie, in sehr schönen Frühlingshaften oder auch Grau und Schwarz. Also da ist alles dabei. Da müsst ihr einfach mal gucken. Die sind im Moment bei den Reduzierten zu finden. Die Sache wird aus dem Programm genommen und wird bald durch was anderes ersetzt. Das waren unsere Basics, die wir so haben. Also die Serie Brighton, die Serie Linen, die Serie Konakotten, die einfarbigen. Dann die Serie Mix und wie gesagt, die Serie Jacks wird aus dem Programm genommen. Und dann gibt es natürlich auch noch was Schönes Neues. Also da sind neue Stoffe angekommen. Das sind so, ja, wie so Regenbogenfarben. Ich muss gerade mal gucken. Ich habe ganz vergessen, wie sie heißen. Das ist von der Firma Wilmington Prints. Ist das Essentials Bubbles. Und das sind so schöne Stoffe, bei denen sich die Farben... Es gibt einen Grundton immer und dann zieht sich das hier so regenbogenhaft über den kompletten Stoff. Also da lassen sich auch schöne bunte Sachen machen. Auch die Anleitung, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Da könnte man hier eben ein Quadrat rausschneiden und dann den Streifen einfarbig. Zum Beispiel mit den Konakotten oder mit den Linen könnte man da dann den Streifen außenrum in einfarbigen Stoffen setzen. Dann kommen diese Essentials, diese Bubbles gut zur Geltung. Und man hat einen schönen bunten Quilt. Genau. Diesen Quilt kann man natürlich auch... Den Quilt kann man natürlich auch mit Charmpacks nähen. Also man könnte jetzt auch die Charmpacks als Mittelquadrat nehmen und sich dann einen der Basic-Stoffe nehmen und den als Rand für diesen Quilt außenrum nähen. Dann hat man die Mittelquadrate alle in verschiedenen bunten oder seichten, je nachdem welches Charmpack man nimmt, Stoffen. Und dann nimmt man eben ein, zwei passende Basic-Stoffe, die zu diesen Charmpacks farblich passend sind. Und näht dann die Streifen außenrum. Das wäre auch eine Möglichkeit, diesen Quilt zu verwirklichen. Genau. Und um euch dann einen Überblick über die Charmpacks zu geben, kann man hier nochmal drüber schwenken. Kann man nochmal gucken, was wir alles haben. Es kommen nächste Woche auch noch ein paar neue, neue alte Gesichter wieder. Und wir haben schöne verschiedene zur Auswahl. Da sind für jeden irgendeines bestimmt dabei. Von traditionell bis verspielt und modern und kräftige Farben und ein wenig seichtere Farben. Dann haben wir auch Gewebte dabei oder Flanell und Kinderstoffe sind dabei. Küchenmotive, wo man vielleicht auch mal Topflappen draus nähen könnte, sind dabei. Blumige oder von Valentinstag oder Muttertag. Valentinstag wird vielleicht ein bisschen knapp, der ist schon mal Montag. Aber da seht ihr auch, hier steht das kleine Täschchen vom Nähabend. Da ist auch die Anleitung im Shop. Genau. Also ihr seht, ihr habt eine breite Auswahl bei uns. Und ja, Ideen zieht ihr entweder im Videoformat oder bei uns unter den Anleitungen. Und genau, dann könnt ihr euch an der Nähmaschine verwirklichen und habt Spaß. Und ich wünsche euch jetzt noch viel Spaß, ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!